Musik So Pyros, heute ist schon der 20. Dezember echt krass wie schnell die Zeit vergeht. Es ist einfach so eine krasse Vorfreude in mir. Es sind nur noch 11 Tage bis Silvester und 9 Tage bis zum Verkauf, 4 Tage bis Heiligabend. Es ist wirklich krass. Die Zeit vergeht. Ihr werdet immer mehr Leute, immer mehr Zuschauer auf meinem Kanal. Auf jeden Fall danke dafür. Mittlerweile schon über 2700 Abonnenten. Wirklich krass Leute, danke dafür. Und hier hinten haben wir das 20. Päckchen. Das ist das letzte, was so schön eingepackt ist. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist wieder ein Bombenrohr. Batches könnt ihr mal jetzt vielleicht raten. Und dann schaut ihr einfach mal, ob ihr richtig geraten habt. So. Enthalten ist... Ich erkenne es schon. Und zwar ist hier enthalten das Thunderkong Max Bombenrohr aus dem Bull- oder Bull-Pack, weiß ich gerade nicht, wo 32 Stück enthalten sind. Und dann würde ich sagen, quatschen wir nicht lange und zünden einfach mal das 20. Päckchen. Viel Spaß. Jetzt das Thunderkong Max von Leslie Feuerwerk. Gut laut die Teile. Kennt man ja nicht anders. Gut laut die Teile.